Willkommen liebe Freunde zu einer Runde WoW Classic. Oh, du willst hier rein? Genau, willkommen zu einer Runde WoW Classic. Heute mit dem Feuer Mage Pakanas. Der ist bereit hier alles von denen anzuzünden. Und legt hier auch direkt gut los. Einziger Nachteil bei dem neuen Feuer Mage ist hier inzwischen Kataklysmus. Und ich habe noch keinen AOE-Richtigen. Also ich habe... Oh, das muss ich jetzt ein bisschen korrigieren. Ich hätte... Wo habe ich sie? Ach, keine Explosion. Aber die zieht halt enorm. Ich packe sie mir so lange doch mal in die Leiste. Und werde die dann halt auch einfach in der Zeit nutzen wohl. Gut, probieren wir es damit tatsächlich mal. Gut, mit dem Pyrostag müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Bis wir mit Stufe 31 die Kampfhitze bekommen. Kann ich euch mal zeigen. Hier. Kampfversetzer heißt das Ding. Was uns dann erlaubt in gewissen Konstellationen den for free einzusetzen. Was natürlich ein echter Gamechanger ist. Okay. Weil der wirkt in 3,5 Sekunden. Sonst waren das immer 4,5. Also eine Sekunde ist er tatsächlich schneller geworden. Das ist schon viel. Der brennt. Gut, was kriegen wir hier? Heimdückischer Dolch. Beweglichkeit. Das wäre was für einen Schurken. Haben wir einen Schurken mit? Na ja, haben wir nicht mit. Ich will den haben. 29, jawohl. Direkt her damit. Jetzt gucken wir dann auch mal direkt, wie wir es auslösen. Moment haben wir ja zwei Fähigkeiten, mit denen wir noch so halb gut klarkommen. Also es ist schon so zeitnah der Punkt, um rauszukriegen, wie diese Kampfversetzer zu funktionieren, triggert. Ich werde aus der Beschreibung nämlich nicht schlau. Oder ist dieser kritische Treffer die Chance, dass es passiert? Dann muss ich das Ding ja erst noch verstärken. Irgendwie gucken, weil ich habe schon gesehen, da drunter ist noch was, was das Ganze wohl auch verstärken wird. Oh, der hat gewissen. Das war schön. Weiter. Ja, dann wirken wir Pyroschlag jetzt halt die Zeit noch manuell. Sehr gut. Ausdauer und Intelligenz, das kann ich gebrauchen. Noch mehr Ausdauer und Intelligenz, den kann ich auch gebrauchen. Einen müssen wir noch. Kommt, einer ist noch übrig. Kann ich auch wieder einiges entzaubern, Essenzen rausziehen, die verkaufen oder Zauberstäbe und so herstellen. Meine Fresse, ey. Okay, wenn ihr das erst abgeben wollt, denkt dran, einen haben wir noch. Wir haben noch einen Heiler, Pala, das reicht, das kriegen wir hin zu dritt. Ja, ich nehme jetzt Feuerzauber und schieße damit auf ein Feuerelementar. Das ist super geil. Lieb ich. Vielleicht kann man es runterkühlen. Ich probiere einfach mal so aus, passt gleich die Eislanze. Einhändige Axt mit Stärke. Ich will einfach nur wissen, wie das Ding aussieht. Einmal. Mehr nicht. Komm weiter. Achso, das ist der Angriff. Da wäre ein Frostmage auch ganz geil. Aber ist halt auch der Schwächste von dreien, habe ich schon gelesen. Oder soll zumindest der Schwächste sein. Da haben die anderen beiden mehr drauf wohl. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Oder die Info, die ich halt habe, dass die falsch ist. Für den Moment bleibe ich erstmal auf Feuer. Feuer ist schön. Feuer macht Spaß. Lässt mich Gegner anzünden. Dann haben wir diese Sorgen nicht. Und Feuer war bisher immer konstant eine der stärksten Skillungen. Ich kenne kaum ein Update, eine Version, eine Erweiterung, wo Feuer nicht top of the list war. Falls ihr eins kennt, dürft ihr mich da gerne mal korrigieren. Oh, wir haben Kampfeshitze. Dann rauf da. Und auch wieder schön den Dot drauf. Auch den können wir theoretisch gebrauchen. Aber der hat schon Bedarf. Ich habe schon meinen Teil. Ich gebe es an ihn ab. Gut, für heute war es das jedenfalls erstmal. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser wunderschönen Classic-Runde mit dem Feuer Mage. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt auch wieder mehr WoW Classic in den Streams alles. Weil es einfach auch ich gemerkt habe, dass ich das vermisst habe. Ihr dürft euch freuen. Für heute war es das jedenfalls erstmal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.